Tja, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute Abend. Wir haben jetzt noch heute der 9.07.2022 um 23.46 Uhr. Habe ich jetzt hier eigentlich für ein relativ harmloses Bildchen entschieden. Gibt aber noch ganz viele, ganz viele weitere Beiträge. Beispielsweise auch nochmal einen Spiegel von Politik Spezialstimmen der Vernunft zu den Ahrtal Opfern. Wenn es denn dann interessieren sollte, sehr gerne anzuschauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rumble. Sucht euch da die Plattform eurer Wahl aus. Und ja, dann vielleicht bis gleich wieder mal. Danke, tschüss.